Die Amis haben ihre NSA, die Russen haben ihren KGB und wir Deutschen haben unsere Schufa. Diese Bonitätsspitzel haben das ganze Land im Griff. Jedenfalls sieht es für die meisten von uns genauso aus. Dabei würden sie vom Glauben abfallen, wenn sie wüssten, wie einfach sie trotz einer negativen Schufa-Auskunft an Geld kommen. Ich rede hier weder von schwierigen Kreditteilen noch von Banküberfällen. Nein, ich meine ganz legale Alternativen zur Bankfinanzierung. Möchten Sie diese Geheimwege zur Schufa-freien Finanzierung kennenlernen, dann lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Finanzierungen mit und ohne Schufa. Lassen Sie Sparkassen und Banken einfach links liegen, wenn Sie Geld beschaffen wollen. Entdecken Sie den entspannten Weg zur sicheren Finanzierung. Weitere Informationen finden Sie auf www.erfolgsonline.de Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher